Und auch euch einen herzlichen, wunderschönen guten Tag. Es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Ach, ich bin noch gut gelaunt in letzter Zeit. Woher kommt das nur? Ich weiß es nicht. Fightlord spielt gegen Fuu. Ja, Fuu hier. Roter Protoss. Shatter Temple. Und was ist das? Das Spiel ist vom 2.6., also durch das Replay jedenfalls, zugeschickt am 2.6. Shatter Temple, Close Air, PvT. Der Leder kann das ja nicht gewesen sein. Also wenn, dann ist es ein älteres Spiel. Weiß ich nicht. Stand nichts groß dabei in der Beschreibung. Jedenfalls nichts, was darauf hätte schließen lassen, wie alt das Spiel ist. Ja, hier vorne ein Depont. Das wünsche ich mir sehr. Das baut da auch Protoss, ein Pylon. Das ist jetzt übrigens schon das sechste Replay, was ich hier am Stück wegcaste. Mal kurz checken, wie viel Platz haben wir denn eigentlich noch auf dem Platten, auf der Platte. Oh, ich habe ja jetzt 800 GB Pornos gelöscht. Da ist noch ordentlich Platz. So, ich habe jetzt hier an Rohmaterial, also das Replay 1 bis 5, exklusive diesem hier. 450 GB Rohmaterial. Mal wieder. Oh, der Kater kommt angeschlotzt gerade. Na du? Gerade ein bisschen gepennt. Gateway. Barracks. Kein Gas. So, Scout hier von Terra. Sieht ihr, alles klar. Close Air. Close Air Posi. Was kann man da spielen? Schnelle Drops. Eine Benji. Schau mal. Na, mietige Katja. Na du? Und hopp. Wieder runter. So, Gas ist auch hier mit dabei. Protoss bleibt draußen. Hat keinen Plan. Sieht ihr, alles klar. Depp Hall. Ich muss mir mal diesen Vision-Bereich hier merken, den man halt hier hat. Als jeweiliger, der hier am Wall-Innen nuckelt. Was man halt hier dann so baut. Bzw. was versteckt. So, hier wird gleichzeitig repariert. Marine, er haut auch gleichzeitig jetzt hier ab. Ah, er sollte jetzt abhauen. Schieß! Schade. So, Tag Lab an die Barracks. Hier vorne Gateway Core. Ein Gas. Pylon. Ja, zu der Map hatte ich euch ja letztens schon was gesagt. Beim Spiel von, ich glaube ich es nicht, Wonky gegen Bar... Jalo war es, glaube ich. Schön, der Shatter-Tempel. Lost-Tempel damals. Zweite Barracks hier im Bau. Ein Gas. Dritte Barracks hier im Bau. Alles klar. Drei Racks. Drei Barracks. Drei Kasernen. Stim. Und er hier. Pylon hier hinten. Warpgate-Tag. Stalker. Erster Bersi. Ja, GGHF jetzt noch dabei. Messermann rennt los. Zweiter Marine im Bau. ABM checken wir mal. 30, 50. Ah, der läuft und läuft und läuft und läuft. Der läuft hier. Wir haben Schnürchen. So, Luken offen. Erster Marauder kommt. Da haut er ab hier. Stalker auch noch mit dabei jetzt hier. Aber der hat gleich gesehen, oh, da sind schon die dicken Bombenwerfer. Wir gehen mal lieber weg. So, jetzt werden hier überall Schöne Marines, Marauder gebaut. Stim ist in Research. Ein Gas gegen Foo. Ja, der spielt One-Gate-Expand. Zweites Gateway und die Robo noch mit dazu. Sentry ist da. Klappt das? Drei Barracks. Ex, äh, all in. Gegen One-Gate. Exe. Kannst du gleich sehen. Kommt jetzt ein bisschen raus von jedem eins. Das ist immer schön. Architect fertig. Erste Prop. Nö, nochmal hier belohnenbar. So, jetzt hat er hier gleich was auf dem Schirm, der Protoss. Da kommt dann nämlich der Terrorhaufen. Stim ist gleich durch. Probe aus dem Leben geschossen. Was haben wir jetzt hier? Sentry. Robo. Könnte was bauen. Hat eine Menge Minz. So, Nexus jetzt fertig. Und da kommt dann der Terrorhaufen. Kommt, hast du Schels. Nächste Probe stirbt. Ui, 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 ui. Er hat sich schon nach oben zurückgezogen. Den Nexus hat er gleich schon aufgegeben hier. So, nochmal 3, 4 Worker. Und nochmal ein. Und schönst. Und da kommt noch einer raus. Und ich baue noch einen. Ja. Fuh, Junge. Warum baust du denn da weiter? Ah, das schöne ist, nett ist, Forcefield. Das erste war okay, wenn er das zweite hier hingesetzt hätte. Ja, okay, so geht's auch. Aber dann stehen die Units hier scheiße. Alles Schrott. Nexus stirbt. Komm, einmal stimmen kannst du noch. Komm. Puh, hart verzockt. Jetzt der erste Immortal draußen. Forcefield nochmal in die Choke gesetzt. Nochmal ein Bersen reingewastet. Aber die nächste, äh, die nächste. Die Echse abgerissen. Was hat er hier in der Zwischenzeit gebaut? Ja, Reinforcement. Concussive Grenades sind durch. Schilde könnte er sich auch gönnen. Hat genügend Gas und Minz übrig. Oder auch eine Echse bauen. Factory ist ja da. Ein Immortal. Gateway Mix. Und da kommt es gleich wieder. Tsch, stimmen Junge. Fokus auf den Immortal. Sandwich Schrott. Da wie einfach nur alles wegplatzt und explodiert. Ja, nochmal. Das geilste Geräusch im Spiel mit. Mit den Protoss-Explosionen oder wenn Zerk... Äh, die Props sterben. So, Lights Out. Neue Bersen. Nochmal ein Forcefield. Und jetzt stimmt hier die Marauder. Ohne Gnade. Moreno, Morado, Power hier. Stim und Boom Action von Fightlord. Geiles Ding, Junge. Komm, einmal geht noch. Ja, geil, Junge. Er holt alles raus, was den Marauder hat. Und der kommt sogar noch weg. Oh, vier Hitpoints. Wie er auch rennt, Alter. Und da ist es vorbei. So, jetzt gibt es Medivacs. Weitere Barracks. Hier. Nochmal fünf Barracks. Bist du wahnsinnig, Junge? One Base? Ach nee, Axe ist im Bau. Okay. Aber noch keine Schilde. So, Protos. Strom. Äh, erstmal wieder bezahlt. Hier, Stromrechnung. Gleich wieder die Lampen an. Ja. Imposant. Wie er hier alles vollbaut. Ja. Der Herr von Fightlord. Ah, hier haben wir einen Pyloten. Da kommt der Protos mal mit ein paar Bersen um die Ecke. Aber das wird auch nichts. Da hat sich hier gedacht, stelle ich mal die Pyloten neben die Palme. Fällt nicht auf. Aber fällt doch auf. Ja, hier kommt nochmal was nach. Aber das ist easy hier. Schön stimmen die ganze Zeit hier. Volles Rohr. Oh, da geht nix. Dauer. Wir gucken mal. Units lost. 4, 8, zu 1, 4. Ja, das sagt wohl einiges. Schön Haare föhnen. Medivax alle. Willst du nochmal exen? Eigentlich ist das. Total vorbei, das Spiel. Dreckiger All-In hier von Fightlord. Aber war gut, Junge. Schön mit Stim und alles. Jetzt kriegt er nochmal eine Twilight Council. Vielleicht noch mit T-Tees was machen, aber... Hm. Erstmal geh ich ein bisschen drauf. Sagt sich der Terran, ne? Der Protos macht sie aber generell richtig. Er warpt Bersen rein gegen die Marauder. Stalker machen da ja keinen Sinn. Die platzen ja schon im Warp. Twilight Council kann er abbrechen. Macht er nicht. Wieder Stromausfall, oder? Ah, die Medivax sind leer. Das weiß er. Stimmt aber trotzdem nochmal. Kein Problem. Oh, wir haben ja kurz zurückgeflogen. Wir haben ja mal geguckt. Protos Supply Block kann gleich nix mehr reinwarpen. Zum Beispiel kann er jetzt schon nicht mehr. Da unten wird zwar nochmal was fertig, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Ein jämmerlicher Bersen kommt da an. Und jetzt gehen die anderen Gates auch noch aus. Mars Chronoboos. Und jetzt hau ich wieder ab hier. Ich bin Terra. Ich flieg weg. Ah, Medivax. Kein Problem hier. Sieben Hitpoints. T-Traps hier. Einser Upgrades könnte man machen hier. Genug. Alles da. Und hier vorne schon wieder die Green Force mit immer noch keine Schilde für die Marines. Eins, eins. Jetzt gerade begonnen. Twilight Council kommt neu. Ja, jetzt müsste der Todesbusch kommen. Jetzt ist er. Rolling that face all night long. Ja, jetzt geht er hier langsam wieder alles an. 100 APM hier. Knapp bei, na gut 90 bei Fight. Soll ich nicht übertreiben hier, ja. Kommt jetzt hier angeschlottert hier. Und, step. Und. Ja. Ah, diesmal Force spielt gut. Aber der Vision mit den Medivax hier. Die Granaten hier fliegen um die Ecke hier. Wie die Raketen da rausgeklaracht kommen. Guck Zeug an. Das ist so geil. Marauder, Junge. Oh, die Medivax. Ui, ui, ui. Eins geht down. So geil, wie die um die Ecken rum da die... Ich meine, die löten hier durch die... Dings durch da. Irgendwie auch blöd, ne. Der müsste dann auch gebogen sein, der Lötstrahl. Oh, die Stalker kümmern sich hier um die Medivax. Ein bisschen Micro läuft jetzt hier auch schön beim Protoss. Aber jetzt sind fast nur noch Marauder übrig. Die Medivax zwei Stück noch. Und jetzt ist es schon wieder. Stimm, 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 Alter. All you do is stim, müsst ihr jetzt noch schreiben. Und nochmal stim. Ja. Himba, Terran. Ah. Sehr schönes Spiel hier. Reinforcement sammeln sich hier in der Mitte. 1-1 ist jetzt noch gleich durch. Ah, jetzt kommen die Probes noch mit dabei. Ah, komm, dann kannst du noch mal stimmen. Oder was? Ja, schön. Der eine will jeden auch mitmachen. Ja, ich komm nicht mehr ran. Scheiße, ich will auch noch beschließen. Nein. 2-Supply, der letzte Stalker. Inhalb kommt aber der andere Haufen und Schrott. Alles Schrott bei Protoss. 0-86-Supply. Stimm, from your base to mine. Oh my god. Müssen wir nochmal dancen lassen. Den ganzen Trompi jetzt. Und Stimm, ja. Für solche Spiele... Stimm is in, but I really wish I wasn't drunk right now. Hat das Spiel verlassen. Ja, für solche Spiele... Stimm und Bum, Moreno, Morado... Gibt's den Moreno-Song, Leute. Stimm und Bum, Morenos kämpfen überall für dich. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind Morenos. Auch ohne Schilde hier. Im Verbund mit den Maraudern. Mit den Morodos. Ja, sehr, sehr geil. Moreno, Morado, Power von Fightlord. Hier auf dem Shatter-Tempel. Sehr, sehr schön. Drei Pylone sind übrig geblieben. Ja, cooler All-In. Geil ist geil, 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 geil. Mir fällt nichts mehr ein. Deswegen sage ich einfach auf Wiedersehen. Geiles Game, Leute. Aber haut's raus, Leute. Stimmt. Die ganze Zeit. Voll gut. Krass. Auf Wiedersehen. attend. Sprecher